Moin Moin und Damen und Herren, mein Name ist Subtoon und willkommen zurück zu Conan Exiles. Ich mache jetzt mal so, ich habe ganz viele Bogenschützen mittlerweile. Zwei Meister-Bogenschützen und eine Stufe 1 Bogenschützen und eine Stufe 2 Bogenschütze. Und deswegen werde ich jetzt mal ein paar Bogenschütztürme aufbauen. Dazu muss ich erst mal ein bisschen kramlos werden, habe ich mir gesagt. Menschenfleisch geht mal so hier hin, zack. Habt ihr noch genug zu essen? Ja, da ist auf jeden Fall noch genug, sehr schön. Ja, ich muss Türme aufbauen, genau. Das sollte eigentlich nicht zu schwer sein. Dazu brauche ich halt, was habe ich hier denn noch alles drin? Welche Crap, die ich gar nicht brauche. Keine Ahnung, was das hier ist. Na komm. Was ist denn das hier? Atemdrang. Cool. Ich dachte, das wäre das hier. Leuchtendessenz. Gummiartige Substanz. Okay. Ich brauche dafür einmal das. Und Stein. So. Ja, ich weiß. Also. Mach ich so ein viereckiges Ding einfach? Ja, ne? Oder wir nehmen einfach nur so ein Fundamentstein, den wir da drauf packen. Ist denn billiger? Ja. Ja. Davon müssten wir vier Stück herstellen. So quadratisch praktisch gut. Und davon ist ja einer nicht so. Hm. Ich glaube, ich mache das teurer. Und werde mir den aus diesen Dingern herstellen. Wollen wir das wirklich machen? Ja, doch, ich nehme das hier. Aber das kann immer noch irgendwie halten. Also vier brauche ich davon. Und natürlich ein bisschen mehr Stein jetzt. Und mehr Holz. Wie viele machen wir? Eins, zwei, drei, vier Stück. Mit Luke oder ohne Luke? Ist halt auch eine lute Frage. Die Luken habe ich, glaube ich, gar nicht freigeschaltet. Ja, habe ich nicht freigeschaltet, die Blumen hier. Ne, mache ich das dann am besten. Das ist aber auch eine einfache Leiter, die man herstellen kann. Das ist natürlich auch richtig cool ist. Eine Tür für einen Lukenrahmen. Sandstein-Lukenrahmen. Mit Lukenrahmen aus Sandstein. Ich weiß gar nicht, was genau das sein soll. Das ist doch, um runterzukommen dann. In dem Fall. Das heißt, wenn wir so eine Brücke quasi bauen. Ich habe noch drei Punkte. Soll ich jetzt dafür verschwenden? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Ich weiß gar nicht, wie diese Lücke funktioniert. Es läuft alles irgendwie darauf hinaus, dass ich doch eine Mauer bauen werde, um mein Gebiet. Sicherheit nochmal. Zack, ich habe es getan. Ich habe es einfach mal getan. So, das heißt, wir bauen jetzt zehn Stück davon. Brauche ich die Decke? Ja, jetzt. Davon. Davon eins. Zwei. Dann brauche ich wahrscheinlich gleich wieder Äste. Dann machen wir sie wahrscheinlich auch hier, oder? Ne, doch nicht. Oh, doch. Aber die Leiter. Klar, brauchen wir dafür wieder Geflecht. Stellen wir mal Geflecht her. Wie, hier ist kein Holz. Achso, was weiß ich, habe ich hier auch. Aha. So, hier sind wir hier halt. Okay, Leiter werde ich mal drei Stück herstellen. Einfach nur, damit ich welche habe. Und dann fehlen jetzt nur noch diese Decken. So. Ich denke, wir brauchen wahrscheinlich sowieso das hier. Und hier müssten wir jetzt diese Lücken herstellen können. Oder doch nicht. Wo stellen wir denn die Lücken her? Ne, bei denen bin ich sowieso nicht. Hä? Bin ich doof? Oder muss ich die Lücken selber herstellen? Ähm. Doch, stelle ich selber her. Ah, okay. Auch wieder mit GIF. Fünf. Fünf. Ich kann mal wieder zehn her. Zip. So. Das sollte man ja selber herstellen. Äh. Wie viel habe ich davon? Zwei. Also, schreibe ich auch zwei davon her. Okay. Das kann man ja wieder reinpacken. Das. Hallo. Und das geht da wieder rein. Und hier geht dann natürlich wieder. Wieso ist hier eigentlich verschwindet der Kram? Ne, nehme ich mal mit. Stein, Stein, Ratchalosh. Perfekt. Gucken, ob hier irgendwas gleich verdirbt. Mir ist auch eine Stunde. Was ist mit dem Flasch hier aus? Oh. Da müssen wir eins von essen. So. Ich bin immer noch ein bisschen zu schwer. Wir müssen mal zu unserer Meisterbogen schützen. Gerade. Madame. Hallo. Ich muss hier gerade wieder ein paar Pfeile geben. Zack. Bisschen. Wieso bin ich denn immer noch zu langsam? Mann. Jetzt wieder in die Richtung rollen. Das zieht sich alles immer hin. Komm schon. Komm schon. Schneller. Los. 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 Hier. Komposthaufen. Das sieht echt eklig aus. Hätten da ruhig mal so ein bisschen was anderes als Scheiße reinmachen können. Keine Ahnung. So ein Gemisch aus verrottetes Gemüse und Heu oder sowas. Das wäre okay gewesen. Nein. Ich habe das gegessen und Lebensmittelvergiftung. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh. Okay. Ja. Ist ja gut. Geht ja auch. Wie lange hält denn das an? Ich will hier langsam leben. Okay. Okay. Also. Ich habe vor, da eins hinzubauen. Während ich eine Lebensmittelvergiftung habe. Hier. Genau hier kommt es hin. Mal gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ich glaube, die Mauern sind größer. Dann muss ich es ein bisschen anders machen. So. Ähm. Ja. Du kommst da hin. 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 Und du kommst da hin. So. Okay. Ja, das sieht auch gut aus. Außen ist in die Richtung. Das ist schon mal gut. Ja. Ist das jetzt richtig? Ja, sehr gut. Ja, das ist richtig. Ja, mach's hin. Zack. Da kommt noch eins hin. Und dann vielleicht hier eine Luke. Mit dem Ding. Äh, das ist definitiv falsch. Ja, genau so war das geplant. Genau so. Ja, genau. Lass doch mal los da hin. Wieso geht das denn nicht? Wozu ist denn da diese Leiter, wenn die Leiter so nicht hochgehen kann? Ja. 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 Spanieren. Ah, okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt muss ich wieder... Also man kann auch von der Seite hier, wenn man das so aufmacht, zack, kann man hier so hoch. Das wird ein bisschen doof jetzt. Habe ich noch eine? Ne. Ich habe dafür noch sechs Mauern. Soll ich hier noch so was hinladen? Hey, ich habe ein bisschen Angst. Ich meine, ich habe den zwar gezähmt, aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Hallo. Warum kann ich denn jetzt hier keine... Wow. Zack. Okay, ich kann da kein Sinn, aber ich verstehe schon. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Leiter. Okay. Das sind nur die Anfänge. Wie viel habe ich denn noch? Zwei. Okay, hier muss auf jeden Fall noch einer hin. Ich brauche, jetzt mal drücken. Ich brauche nicht zu sein. Ich brauche dann, warum ich das so schiefen. Ich brauche mich. Und du, Kumpel, kannst du auch mal woanders hin. Ja, gehen wir da hin. Vielleicht gehen wir auch mal wieder zurück. Zack, ok. Jetzt können wir hier... Hier müsste jetzt noch eine Luke hin und dann eine Leiter. Oder ich mache einfach noch eine Mauer und eine Leiter hin, dann kann man so da hoch. Das wäre eigentlich viel besser. Mal gucken. Schon wieder dunkel hier. Hätte ich natürlich auch von Anfang an so machen können. Habe ich aber nicht gemacht. Ähm... Zack. So. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Was brauche ich für die... Oh, Geflecht. Geflecht wieder. Immer dieses blöde Geflecht. So. So. Sollte gleich noch mal wieder was trinken. Darf ich nicht vergessen. So. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Und dann stellen wir... Wie viele her? 1, 2, 3, 4. Ja. Das können wir jetzt wieder weg. Das können wir jetzt wieder weg. Warum bin ich so überladen? Ich habe nur den Kram, den ich sowieso immer dabei habe. Hm. Oh, das ist auch sehr schön. das können wir erst mal dahin keine ausdauer das könnte so einfach so das alles erstmal alles improvisorisch hergestellt weil ich erst mal gucken will wie das alles aussieht wie man das alles gestalten kann wie das alles auch wirkt so geht das jetzt nicht hier ist auch ein vorhandenes bauteil also muss ich quasi so ein dings bauen ist gar nicht witzig ey mensch vladimir aufzulachen das ist nicht witzig ich werde hier auch mal eine mauer hinbauen nur um hier den hier zu schützen den mike t zur sicherheit mikey du bist da ein bisschen im weg müssen dich mal ein bisschen geht nicht kann ich nicht platzieren wow geht auch nicht weil er davor noch stand und quasi auch getriggert ist dann dann machen wir hier erst mal das sind erstmal so ein paar kleine fassaden und wir können ja schnell laufen das finde ich super so perfekt habt ihr noch genug zu futtern ja zieht du das dann muss ich mir jetzt doch noch mal so eine luke herstellen ansonsten komme ich da nicht weiter yoga luki lukilu wo krieg ich die luke her luke war das nicht hier hier sowieso nicht frisch ganz falsch ich muss die luke selber herstellen gell holz und gedöns und da ist wahrscheinlich das wieder damit das wieder und dass wir ein stein ich meine die falschen knöpfe das tut mir so leid geflecht so 1 davon 1 davon sonst noch irgendwas mindestens noch zwei von denen es geht langsam das gestein aus gestein fahren gehen dass es so schnell wieder weg ist es haben wir noch so ein bisschen vorrat gefarmt für den zeitpunkt wo ich nichts mehr mache aber trotzdem weil ich wieder irgendwas dann irgendwann herstellen will dann will ich schon mal so ein bisschen vorrat haben als ich werde mit meinem fundament habe ich trotzdem mal so ein bisschen was gefahren obwohl ich das gar nicht mehr gebraucht habe nur just for case just in case sorry just in case was ist jetzt wieder los ich habe das geflecht mit dabei verdammt jetzt müsste das eigentlich funktionieren guck sie wartet schon darauf ich habe das doch hergestellt auch man dachte gerade so fuck okay jetzt muss das aber jetzt kann man natürlich hier runter gehen und hier so hoch natürlich ziemlich bescheuert ist man kann aber auch einfach hier so hoch dann sagt so madame dann haben wir doch so weit alles wieso habe ich jetzt und ich habe ja noch vier stücke so langsam wird es doch da hinten schon ein bisschen was gebaut hier schon ein bisschen was gut meisterschütze du geht es jetzt oben drauf perfekt das sieht doch gut aus okay die sind auch fertig nice und ich bin natürlich überlastet mit vier personen im gepäck ist man ein bisschen überlastet so da haben wir diana die meisterin number two die wir natürlich dann jetzt hier platzieren natürlich noch keine ausrüstung kommt alles noch und unseren anderen typ der kommt hier hin kann zeig mal was hast du überhaupt alles zeig mal okay du hast eine glatze das ist schon mal uninteressant du hast einen normalen bogen der elf der menschen macht okay das ist ja richtig boring was hast du mal dann du hast doch bestimmt einen guten bogen ja du hast den uralten bogen der sich richtig geil ist vielleicht hat sich auch gut unten eisernes breitschwert ist ordentlich gute sachen aber halt keine ausrüstung so nicht schlimm ja genau madame du bist bist du eine bogenschützin ja du bist die andere bogenschützin dann komm mal her mitkommst du kommst hier hin zack und hier müssen wir natürlich jetzt noch nicht genug ressourcen ich rede mal hier ja ja okay ähm sorry äh fladi äh vitalisari bitte bitte tu mir dich weh ich hab das nur verwechselt vitali kannst du ein bisschen ein Stückchen weggehen also ein Stückchen zur seite gehen bitte ja machst du dankeschön sehr nett von dir wofür wow wow wow이다 ist ein bisschen zu knapp hier ähm ich muss dich leider noch mal bewegen bitte tu mir nicht weh die sind so gruselig die beiden aber einfach auch so cool du so ja besser Und sie muss die ganze Zeit neben diesem Arsch stehen. Die Arme. Oh, das ist echt bad. Das ist gut so. Was haben wir denn noch? Ich will das hier schon mal so ein bisschen weiterbauen. In die Richtung hier. Und warum? Weil ich es kann. Zack. Alter, wie kann das nur halten? Es schwebt ja schon fast. Vielleicht nochmal in die Richtung. Ich stecke hier so ein bisschen. Hallo. Habe ich überhaupt noch? Fünf. Krass. Das ist eine Sendung. Spawnpunkt blockieren. Aha. Also. Okay. So. Okay. Hm. Okay. Dann werde ich dann vielleicht nochmal woanders. Da nicht, hier auch nicht. Dann vielleicht hier. Ja, machen wir nochmal hier hin. Dann müssen wir das alles ein bisschen nach vorne ziehen, sonst passt das alles nicht. Okay. Okay, alles noch ein bisschen nach vorne ziehen. Gut. So. So. Und das Ding hier. Oh, das ist natürlich echt böse. Ich glaube, das wird dir noch nicht gefallen. Das lass ich mal Lina sein. Dann packen wir dich hier hin. Genau, erstmal. Zack. Zack. Okay, ich glaube, jetzt können wir weiter bauen. Und da hier hin. Zack. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.